Guck mal, in die Toilette. Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Schaut mal diese Aussicht auf den Königstein. Ist das nicht toll? Und hier haben wir auch gleich einen wunderschönen Sonnenaufgang. Dort hinten ist ein Campingplatz. Und dort wartet Cassie schon auf ihr morgendliches Bad. Schaut mal, seht ihr den Ballon? Man kann übrigens auf den Königstein hochwandern. Und zwar aus der Innenstadt von Königstein geht es hier so diesen Berg hinauf. Und wenn man mit dem Auto fährt, dann fährt man genau an der anderen Seite, und zwar von hier so hoch. So ein Doppeldecker-Bus, der fährt auch, glaube ich, alle 20 Minuten hoch auf den Königstein. Eintritt für Erwachsene kostet, glaube ich, 12 Euro und ermäßigt weiß ich jetzt gar nicht so genau. Schaut mal, was ich gefunden habe. Auch eine Deluscious-Plätzchen. Direkt neben der Bahnschiene. Dort hinten, fünf Minuten Fußweg. Von hier ist übrigens unser Airbnb. Gar nicht weit entfernt. Ziemlich zentral gelegen. Ich glaube, gleich bin ich an der Festung angekommen. Hier oben sind die ersten Mauern zu sehen. Was für ein gigantisches Bauwerk. Das ist hier der Patrouillenweg. Hier sind damals Baukontrolleure Patrouille gegangen. Und alles wurde auf Bauschäden untersucht. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann führt der Patrouillenweg einmal ringsrum um die ganze Festung. Wie die das damals in den Fels gebaut haben. Das Bauwerk ist ja mit dem Fels verbunden. Schon Wahnsinn. Hier fährt übrigens auch so eine Bimmelbahn hoch. Guck mal. Die Toilette. So, jetzt sind wir gleich am Eingang angekommen. Guck mal. Da kann man bis nach Pirna gucken. Und da ist der Lilienstein. Da unten die Elbe. Wir waren jetzt. Dort in der Ecke zum Fotografieren. Sind hier so langgegangen. Und der Patrouillenweg, der führt einmal drum herum. So ein gigantisches Bauwerk. Wie die das früher gemacht haben. Heutzutage bekommen die das nicht mal in einem normalen Flughafen zu bauen. So, jetzt bin ich in Königstein wieder angekommen. Eigentlich eine schöne Stadt. Aber extrem ausgestorben. Kein Mensch zu sehen. Und viele Häuser verfallen. Und damit beende ich die heutige Wanderung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann müsst ihr meinen Kanal abonnieren. Und zwar hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.